Die ganze Krebskranken drauf an. Das ist unglaublich. Das wille ist das. Wir haben mit allem gearbeitet, was möglich ist. Ich sag sogar, was seit 61 teilweise auch verboten ist. Aber wenn der Tod vor der Tür steht, ich weiß nicht, ob da noch was verboten sein kann aus der Natur, ob wir uns das noch verbieten lassen können. Und ich kann euch sagen, lasst euch nicht einlullen von dem, dass man den Hanf freigeben müsste. Man braucht ihn nicht freigeben, weil das, was da heilt, das ist genauso im Faserhanf drinnen und den kann man ganz legal erwerben und das ist weltweit legal. Das heißt Cannabidiol oder CBD. Und das kann man freilösen mit einem starken Alkohol und da macht man richtig Simpsenöl draus, aber nicht aus einem psychoaktiven Zeug, sondern aus einem Faserhanf. Er heilt genauso. Das ist unglaublich. Aber fünfeinhalb Wochen spart er, ist sein T-Zell-Lymphom um die Hälfte kleiner. Er grinst, hat eine Lebensenergie und ist weit entfernt von austherapiert. Und wo er gekommen ist, hat man wirklich gedacht, er hat nur mehr zwei Tage. Die Stauung von der Lymphe ist weg. Er geht spazieren, jeden Tag zehn Kilometer und er freut sich so, dass er dabei ist bei dem Ganzen. Er macht da auch mit. Wir vereinigen uns einfach als Arbeitsgemeinschaft, da brauchen wir überhaupt nichts dazu. Wir könnten das natürlich in Rechtsform bringen, wir gehen wer, aber das braucht man gar nicht. Weil wen sollten wir fragen, ob wir das machen dürfen? So Blödsinn. Wir fragen gar nicht, wir machen es. Und wenn es Austherapierte gibt und sie sind nachher nicht mehr austherapiert und sie sind nachher vielleicht gesund, dann haben wir ein paar Sprachrohre geschaffen. Ich glaube, die können ein bisschen mehr erzählen dann vom Leben. Ich wünsche euch viel, viel Spaß, ein totales geiles Leben, ein gesundes und ein verantwortungsvolles. Und zwar für euch selber und für uns alle. Dankeschön, dass es ihr es gibt. Ihr seid jetzt wunderschön.